BAMS! Da bin ich wieder bei den Daumen teilen. Huiuiuiuiuiui! Hi hi! Wie geht's dir? Was willst du spielen? Ich gehe zum Top, btw. Erst auf Caps Lock. So, erstmal Kai dann. So. Warte, wo ist er? Wo ist der Arsch? Elise. Ja, Elise ist sogar ein richtiger Band, ey. Das ist richtig nervig jetzt, ey. Das habe ich echt einmal ein bisschen fürs Team gespielt. Keile ist sogar auch schon so grenzwertig. Also sie ist auf jeden Fall Viable. Ja, aber wen bann ich jetzt noch? Das muss wieder so richtig abfuckt werden für den Gegner, wo man sich denkt, what the fuck? Alistar, Timo. So. Warte mal, ich mach's mal richtig arschloch-like. Dieser Orosimi so, der scheint ja richtig viel zu schreiben. Warte. Das haben wir gleich mal. Ich guck mal kurz, was er immer spielt. So. Oha, 3, Silber 2. Aua, aua, aua. Okay, er spielt sehr viel Zett. Das ist ja heilig, doch. Er spielt fast nur Zett. Ciao, Zett. Bye, bye. I think I've been Zett. Fuckin' Napschamp. Ich hoffe, er ärgert sich. Oh, das wird wieder richtig toll bei den Autoren. Die Cancer, die Cancer Place. Die Cancer Place. So. Schade, sie haben mich je gebannt. Den hätte ich im Jungle gespielt. Du wolltest je im Jungle spielen. Dein Ernst. Schmeihart, geht's ja nicht mehr. Nee, wollte ich nicht. So. Oh. Ich wollte ihn auch spielen spielen. Jush. Sad. Oh, mein Damen und Herren. Taktik. Alter, Taktik aufgegangen. How about it? Takt. Oh, richtig genial. Ja. Watching LCS NA. GG. Also. Es ist. Wir sind hier ja in Silber Elo. Da bin ich ja wirklich überrascht. Ja. Dass sie keinen Amumu geförstpickt haben. Obwohl er offen ist. Also. Ja, pick Timo. Der Huertz. Pick Timo. Der Arsch. Ganz im Ernst, Alter. Ah. Come on. So. Ich geh jetzt einfach mal provisorisch auf Champion Select. Und guck mal an, ob es bei Sinch der erste Konter Timo ist. Wenn ja, dann wissen wir, wo er es her hat. Ja, ist er. Okay. Ja, ich dachte eher, Kylo und Elise wären so gute Counter. Ja, stimmt auch so. Aber. Es ist halt so, wenn man es mit Sinch nicht so erfahren ist, dann ist Timo auch ziemlich nervig. Ja, nervig. Aber das war es doch schon wieder. Da muss die Pfütze einmal richtig treffen. Mal gucken, was sagt denn dieser komische Typ da? So. Mhm. Must keep pressure. Chains control. Average rise to last at the minion. Okay. Ey. Meine Taktik funktioniert bis jetzt immer, ne? Also ich krieg meine Rolle. Oh mein Gott, ich muss kacken. Hm. Hm. Oh, ich dachte es ist ja nur ein Vorwärts, aber ich muss tatsächlich kacken. Verdammt. Oh, 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 oh. Ah, ich will dir erst. Oh Mann. Ah, wen soll ich denn da juggeln. Hm. Wir haben drei TPs. Soll ich Shen nehmen? Ja, da hat er was. Shen mit TP. Und Spide. Ja. Kannst du gut Chakma spielen? Nö. Schade. Wir brauchen nicht etwas, was den Temo abnervt. Habe ich seit Season 1 nicht gemacht. Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay. Log in! Wir haben genug Damage mit so wohl noch. Ich kann auch Zack picken oder so. Zack ist noch offen, ne? Kannst du auch bespielen? Ich weiß ja nicht. Wir nähern uns ja langsam der Goldseil und müssen nicht mehr aufpassen. Ja, ja. Crank BBB. Oh mein Gott, meine Damen und Herren. Wir müssen hier richtig aufpassen. Wie wäre es mit Jax? Kannst du Jax gut spielen? Nein. Ich will außerdem nicht gebannt werden. Ja, meine Damen und Herren, es ist türkisch mit Jax. Man wird einfach gebannt, wenn man gut spielt. Ohne Grund. Man wird ohne Grund reported und kriegt ohne Grund einen Bann. Das ist Jax. GG easy. So. Ich weiß aber nicht, ob es an Jax liegt oder an Jax liegt. Ich denke doch. Und an die kleinen Ersatzrichter, die ich mir jetzt einfach hier durch Judgment-Syl mit aufziehe. Ich denke, jeder von euch hat bestimmt, also jeder von euch, der beim Tribunal mitgemacht hat, hat bestimmt schon mal Jax gebannt. Einfach nur, weil er Jax spielt. Ich heiße mein Bastard. Ganz im Ernst. Jo, und ich wusste, dass du mich reportest, wenn ich Jax spiele. Ja, hätte ich auch tatsächlich gemacht. Ich hätte gewartet, bis wir gewonnen haben, hätte ich reportet. Ja, das ist eh nicht mein Account. Ja, dann lass ihn mal gleich reporten. Warte, lass ihn mal fürs Emo-Boost reporten. Den Bauern ab. So. Ja, dann report ich dich für, keine Ahnung, Singed. Na, Singed plays, ne? He plays Singed. OMG. Oh mein Gott, mein Damen und Herren, ich hab's letztens wieder ein bisschen übertrieben mit diesem Account. Leck mich am Arsch, das gab hundertprozentig Acht-Reports. Das kam sowas von Acht-Reports, das ging gar nicht. Ich hab das ganze Spiel getrollt. Und das Schlimme ist, ich hab dabei auch noch gut gespielt. Irgendwann hat... Keine Ahnung, wir standen 10 zu 32. Und von diesen 10 Kills hatte ich 7. Fürs Support, FTV. Alter, wie der geraged ist. Und das Gegner-Team war richtig mad auf mich nach der Dreifach-Tötung, das schwöre ich dir. Oh, meine Fresse. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall hier Singed, meine Damen und Herren. Sag mal, hast du schon mal Singed sein Bein gesehen? Äh... Oh Gott, was ist damit denn los? Das ist ein bisschen flach, ne? Ja, als ob er mit dem Stock laufen würde. Ja, das sieht komisch aus. Verdammte Scheiße. Vielleicht ist das ja noch hier diese Bandage und dahinter ist das Bein. Nein, nein, nein. Aber wie? Ich glaub, wir sollten ihn mal wirklich... Singed, das sollten wir mal hier eine Klinik für Bulimie-Kranke schicken. Aber der hat auch eine Glatze, der hat schon eine Chemo. Nee, guck mal da, guck mal da, der hat eine riesen Chemo-Puller am Rücken. Da fällt mir jetzt erst auf. Ich wollte ja auch grad sagen, der hat schon eine Glatze, der muss ja Chemo haben. Nee, 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 also die Glatze kommt nicht von der Chemotherapie, die Glatze kommt von der Bestrahlung. Das macht man ja meistens als Mix gegen Krebs, also gegen Cancer. Dass man dann halt Mix aus Bestrahlung und halt Chemotherapie bekommt. Chemotherapie ist einfach nur das Gift, was einem in den Körper gepumpt wird. Die Bestrahlung ist das, wo dir die Haare ausfallen. Ach so, ja, dann macht der sich ja das. Ich mein, der hat eine Glatze, der hat überall Gift um sich rum, in sich, keine Ahnung. Ja, der ist richtig giftig. Oh mein Gott, jetzt kommen die Cancer-Plays bei den Abend hier. Ja. Erstmal hier ticken lassen. Die nicht vorne Träne ticken lassen. Du, 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 du. Warte. Ich muss mein Tier schlafen. Ich werde es schlafen. Ich werde es schlafen. Ja, meine Damen und Herren, Hex hier, Hex hier. Hä? Hä? Das ging nicht. Man kann nicht mehr den Pot aktivieren und dann auf die Plattform zurücklaufen, dann wird der Pot der automatisch aus dem Eventar gelöscht. Schon gewusst? Hä? Ja, richtig bitter. Also beim... Hä? Boing, boing, boing. Wir müssen irgendwas machen, um die Gegner zu trollen. Das geht doch nicht. Wir können die kein normales Spiel machen. Ja, ich kann... Ich kann irgendwie... Ich spiele gerade, ich spiele gerade Singit. Alter, was ist los mit mir? Kassa? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Kassa? Kassa? OMG, report. Der Troll. Der Troll hat Kassa, der ist auch noch. OMG, Kassa. Kassa? Wtf? Wirklich? Bitte, Leute. Report ihn. Ey. Das ist schon so richtig Cancer, ne? Ja, das ist noch... Das hat noch nicht mal einen Ansatz, Cancer-Flavor. Ja, das ist... Ja, das ist... Ne, der gibt dich gerade selber Cancer. So. Ich weiß, was wir machen. Du hast... Du hast Augenkrebs. Und, ähm... Du kannst halt die Bot und die Midlane nicht sehen. Du bist also quasi gezwungen, ganze Zeit auf der Toplane zu campen. Oder in der Jungle. Ja, oder das. Was muss ich machen? Ich glaube, ich spiele Adi Singed, oder? Spiele ich Adi Singed? Ich weiß noch nicht, wenn ich da um die Hand, ob ich Adi Singed spielen werde. Ich bin mir noch nicht sicher. Obwohl ich, äh, Armor-Penetration mit habe. Ah, ich glaube, ich werde Adi Singed spielen. Ich bin mir noch nicht sicher. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich brauche einen Gang. Der hat mich gehittet. Ich brauche einen Gang. Nein, ich brauche wirklich einen Gang. Alter, das ist vorbei. AFK, also. So. Oh mein Gott. Ja, mein Creep. So, das sind jetzt hier die Silber-Mega-Taktik. Ich mache jetzt hier Mega-Counter-Jungle-Lang. Ich warte jetzt darauf, dass der ein Choga da ist, und dann mache ich First Blood. Und siehe den Buff. Das ist drin. Also bis jetzt hat es immer geklappt. Ja, aber Damen und Herren, seht ihr das? Mafa hat es nicht für Känzer geeignet. Der Mafa kann gar nicht känzern. Der weiß gar nicht, wie das geht. Das ist richtig traurig. Der Mafa ist schon so lange in deinem Leben. Und der weiß einfach gar nicht mehr, wie Känzer riecht. Wie riecht der Känzer? Ganz schön scheiße, mein Freund. Der riecht ganz schön beschissen. So. Na, schlau. Oh, da ist der Job. Piu! 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 Oh, der Theo geht dann richtig auf den Sack. So. Okay. Arsch doch. Na, 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 na. Ja, er hilft dir richtig, du mein Hurensohn, Freund. Boah, das hast du gerade richtig. Ich glaube, der hat gerade den Trade verkackt. Meine Damen und Herren. Ja, der hat gerade den Trade verkackt. Was geht denn da ab? Ich habe noch zu viel Mana eingebüßt. Das darf ich nicht riskieren. Wieso war das fast? Ich gehe gleich auch ein bisschen Känzern. Ich gehe Dauer-Dive. Ja, du musst Top-Dauer-Känzern. Aber erstmal muss ich hier Mitte ein bisschen so... Nein, nein, nein. Ah, Decker. Ah, geht nicht mehr. Weiß hier, sagt er. Ach, der ist ja gar nicht wütend. Der ist nur traurig, Mann. Schade. Ich werde den gleich richtig texten. Okay. Also, Mitte? Mitte ist meine Text-Lane. Ich muss... Okay, Dauer-Text die Mitte. Okay, das wird lustig, meine Damen. Ja, doch. Das wird lustig. Warte mal, warte mal. Ich gehe mal die Mitte gleich auch noch texten. Mit TP, oder was? Dann gehst du back, gehst in die Mitte und TP ist dann hoch. So machen wir das. Lass mal den Timo ein bisschen pushen, ich will ihn diven. Oh? Ward kennt er nicht. Warte mal, aber ich lass ihn mal. Ich tue so, als ob ich unbedingt diesen Minion da haben will. Warte. Was? Würde er mich verarschen? Ist er... Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. So blöd ist er nicht. Warte, warte, jetzt guck mal ran. Reiner! Hui! Du schlaupt! Er hat mich. Du kriegst hier nicht mal. Nein. Du schenkst ihm jetzt echt einen Doppelkill. Willst du mich verarschen? Äh, kein Dopp. Hättest du nicht einfach reingehen können? Nö. Mann, ey, jetzt bin ich noch gegen den Saft zerkrabiert. Ja, das hilft dir das, mein Damen und Herren. So schauen Cancer Plays dann richtig aus. Das ist Cancer Relive. Sooo, mal gucken. Aber das war alles Teil meines diabolischen Plans, weil jetzt kann ich Shop fahren. Hahahaha. Du bist so ein Pimpel, ey. Ganz egal. Und ja, er fackt Assistants. Ja, jetzt kannst du ja mit der TPen, ne? Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Huuu. Du 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 du. Oh, warum kommt er nicht mit, der Cancer Boy? Ganz im Ernst. Oh oh, ich werd gecancert. Hahahaha, ich hab in die Lane weggefahren. Hahaha, er smart. Sorry, ich werde gerade gecancert. Das schaffst du. Alter, du bist jetzt echt gestorben. Ich hoffe, meinen Lenk zu feeden. Das ist wirklich witzig. Du hast ihn im Verstel abgegeben. Ja, es ist gleich Temo unstoppable. Der hat Red Buff, Mann. Was soll das denn bitte? Den wirst du dir jetzt wiederholen müssen. Wats kauft er eh nicht. Pass mal auf. Oh mein Gott. Ich habe zu viel Mana verraucht, meine Damen und Herren. Das ist scheiße. Das hätte ich nicht tun sollen. Okay, Temo ist jetzt Level 6. Ich bin 2 Level hinten. Und er hat einen Red Buff. Ja, es wird lustig. Ja, guten Job, Muffab. Ja, danke. Jetzt musst du überhaupt wirklich hochkommen. Das ist mein ich ernst. Das ist jetzt mal voller Ernst hier. Ein Red Buff. Also, so dass er Level 6 ist, damit kann ich echt noch gut leben. Aber ein Red Buff ist echt scheiße. Red Buff ist Double True Damage gegen mich. Alter, jetzt freut der kleine Saft sagt sich auch noch, dass das funktioniert, ey. Sein Cancer Player hier. Wo hat er denn seine Cancer Pills hingestellt? Er hat noch keine gestellt. Ist doch doof dafür. Er ist jetzt Level 7, GG. Ich bin da. Alter, er outfahrt mich als Temo. Ja, diesmal lasse ich dich aber zuerst reingehen, sonst habe ich keine Chance. Ah, ich bin so tot. Ja, muss weggehen. Muss weggehen. Sonst stirbst du wieder. Du darfst nicht weiter fieten, Muffab, Alter. Echt jetzt? Dann scheiß Ernst. Meine Fresse. Wie bist du da hier mitgekommen? Ja, nicht mit Jungle. Alter, ganz im Ernst. Ja, toll, ey. Wie mir, Muffab, meine Lange verkackt, meine Damen und Herren. Was soll das? Ganz im Ernst. Geh sie woanders finden, nicht bei mir. Das finde ich nicht witzig. Die Leute beschweren sich. Das waren viele, ich carry dich. Ich dachte mir... Ja, das ist... Alter, ja, aber du musst mir... Du musst mir verschocks lassen. Wirklich. Also Temo ist schon halbwegs schwerer. Pick gegen Sinn geht. Das muss man einfach mal sagen. Aber das ist echt... Ja, wir werden da ja ganz im Ernst. Ah, komm auf, ey. GG. Ja, weißt du, gibt's den fucking Red Buff. Es ist nicht witzig. Der hat einen Red Buff. Was soll ich denn machen? Der hat einen Red Buff. Alter, okay. Was haben wir da, meine Damen und Herren? Denn das kriegen wir noch ein Carried auf jeden Fall. Du musst hier Botlane ein bisschen zerstören. Du, 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 du. Und ich hab vorhin auch noch meine Beschwerauswehr rausgehauen. Die Idee ist... Halt die Fresse, Temo. Ja, wie ich ihn jetzt aufgrund des scheiß Red Buffs nicht mehr kriege. Ich bin tot. Ja, Muff hat meine Land ist total lost, ey. Dankeschön. Ein Report für Fieden, oder? Ähm, Kassa. Why not roam? Ich will mich verarschen. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Nein. Ah, Sona. Ach, der hat ja keine Mana. Worth it. Oh, wie bereit wie hier. Easy, 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 easy. So, aber ich war schon mal in Tränen. Ich muss nicht weiter stacken, meine Damen und Herren. So macht man das nicht. Kassa ist gestorben? Echt jetzt? Ich dachte, er carried uns. Kassa. Gank top. So. I'm dead. Ja, ja, ja. Gank top. I'm no gank mit. Nee, ich hatte jetzt keinen Dings-Buff mehr. Schon mal etwas. Ja, aber Alain kann ich nicht... Ich kann nur was den Haken haben. Ich mach jetzt Redbar von dem Gegnern wieder zum. Gucken, was hat er denn? Ja, Alain ist voll gelaufen. Tut leid. Ja toll, ich kann jetzt nicht mal sehen, ob er gerade vergiftet ist oder nicht. Das ist richtig nervig. Weil es einen Kenzerback hat. Oh, nicht mehr. Schweingart. Hä? Blame. Blame der mich jetzt gerade, weil ich mit zwei HP nicht gefollowed bin. Ja, alter. Thema auf mir Über-Damage. Ja, du wirst Top-Blend-Camp müssen. Muff hab ich mal das ernst. Du wirst jetzt Top-Blend-Camp müssen. Der macht so viel Schaden. Was soll das? Alter, ich dachte 32 Magieresistenz reicht dagegen. Ganz im Ernst, ich hätte mir jetzt auch noch Dings kaufen müssen. Gucken, was haben sie. Sie haben Stunts. So, das war's. Sie haben nur ein bisschen Leonas Stunts. Okay. Ja, Muff hab jetzt weiß dann mein Tower ein. Oh, du kommst. Okay, ich pauch mich mal dahin. Oh, meine Fresse, Muff hab dein Ernst. Bäh. Lululululululul. Hui, Hurensohn-Temo. Bam. Fünf von einer Shutdown. So macht man dann alles, ihn geht. Jo. So, das war ein guter Faden. Das war supi. Oh, da stehen ja überall Pilze. Natürlich, das ist ein Emo. Oh, 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 oh. Komm ich weg? Komm ich weg? Der frisst. Der will mich fressen. Ach, wat. Der ist Hunger. Nope. Hi. Ich bin sehr gut. Hi. Ja bin ich unbedingt. Kassadin. Kassadin hat uns gerade eben geblamed, dass wir nicht gefollowed sind. Wollte ich nur mal so erwähnen. Komm. Komisch. Ich hab eh Passive also. Huiii. Weißt du was? Boah. Schade. Out of range. Jetzt kriegt er auch noch einen Kill ey. Der willige Motherfucker. Oh ja und stirbt. Schade tut er nicht. Das ist der KS-Hardin. Hmm. Mal gucken. Was brauche ich denn jetzt? Ich muss irgendwas gegen Temu bauen. Sehe ich gerade wirklich. Das pisst mich ein bisschen an. Eigentlich brauche ich ja wirklich nur... Ah doch. Ich kaufe mir erstmal Schuhe. Hm. Und das da. Das wird reichen. Und das da. So. Wodbräu eh nicht glaube ich. Nee Wodbräu eh nicht. Hat er jetzt eigentlich mal einen Tau eingeputscht? Nein immer noch nicht. Ich bin Level 7. Ich muss Level kriegen. Das ist doch so low level hier. Mal gucken. Hat er denn schon Hut? Nee. Alter. Wow. Wie will ich Gold? Hat der denn... Wieso hat der nur 82 Creeps? Was geht denn bei ihm? Wow. Wie schlecht kann man denn sein meine Damen und Herren? Wow. What the fuck ey. Okay. Ja. Und von dem hast du gerade gehaunt. Nö. Nicht wirklich. Oh mein Gott. Was mach ich nur. Was echt jetzt? Dann ernst? Okay. Ja. Okay. Das... Das... Auf den die gehe ich ein. Danke. Okay. Mach ob du es hochkommen müssen. Kannst Proxien. Den kann ich nicht. Den bist du schnell für dich. Wuii. Huulsohn. Mach ab. Ich bin Bot. Warum? Weil hier so ein paar Freakles rumlaufen. Ah. Meine Fresse Flasher ey. Ich hätte mir Ignite mitnehmen müssen. Dann wäre es tot. Schade. Alter das läuft so gut. Das läuft so gut. Das Spiel läuft so gut. Wir müssen uns irgendwie ein bisschen behindern. Habe ich doch schon am Anfang gemacht man. Ja du hast nur meine Lame behindert. Das ist witziger wenn wir die anderen Lanes behindern. So. Okay. Ich geh mal wieder auf die Lame meine Damen und Herren. Ich mach das auch. Ich dachte das wäre schon so ganz lustig. Wenn du von den Silbern gecarriert wirst. Nein. Nein, 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 nein. So. Ich kaufe mir jetzt ein Realize. Ich muss schneller werden. Oh. No, 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 no. Without Blur. I'm nothing. No, 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 no. What is he? Ohne den Blue ist er ein Nichts. Oha. Ohne. Aha. Also sein Damage ist also. Der Erfolgs. Also ist der Erfolgsgrund. Also. Der Blue. Ne. Ah, der Blue macht also Damage. Okay. Ja. Das wussten wir noch nicht meine Damen und Herren. Aua. Ich meine. Ohne den Blue hätten wir ja ein Nichts Dragon machen können. Ich meine. Wir machen den Blue jetzt erst. Oder? Ist ja schon ein bisschen. Oh mein Gott. Ein Temo. Ein Temo. Oh nein. Hat er damit jetzt gerechnet? Ich bezweifle es. Hehehehe. Kennster Plays meine Damen und Herren. Auf oberstem Niveau. Und dann. Ich bin ein Singlet. Ich mach das jetzt mal so. Nimm doch die CS. Ich meine. Stimmt. Cassadin hat gerade gesagt, dass er so viel CS verloren hat... Oh Timo Timo hat das 1V1 gegen Twitch verloren Das ist schwer, finde ich Kamehameha! Kamehameh... So Hi. Hi ich bin SingIt, Hi. Na. Wie geht's denn so? Hi ich bin SingIt. Hi. 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 Oh. Hi Hihi.... Ich bin SingIt jetzt geben wir auch noch counterjunglen, Alter, so richtig tryhard du hast ihn echt gesmited ja lass mal kurz Korki ficken hast du teleport? ne apropos teleport, du kannst ja auf meine Blobs teleportieren oh mein Gott ja, ich könnte dich retten, wenn ich will wenn du willst, das ist das Problem schlade alter, was soll denn das? blöde Twitch-Carry hier ähm easy der oh 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 ja, ernsthaft echt jetzt? oh, willst du mir nicht? wärst du mir helfen können? so nicht ganz also ich hätte dann nicht wirklich viel reißen können mal gucken mal gucken das ist richtig grausam das ist richtig grausam ho fais halt IMU auah ich wusste immer so ne ne naja little lulululululululululululululululululululululululule groß ja ne scheiße wir müssen noch ein schuliges beschreiben ja die sünder wo ist eigentlich immerhin bist du sicher ja der scott ist ich muss ich den Leuten es fragt mich wie mad der Kaffee klingst du alter das ist ein cancer oh der stirbt nicht ich mach zu wenig schaden ich glaub das ja nicht oh mein Gott da steht er die Leona hat gut getroffen zu viele Leute spring jetzt nach rüber ich hab Coulon ach was du schaffst das sag dich doch jetzt denken sie du bist irgendwann was abgehauen jetzt lauf durch den Teepilz komm schon du Berserker ich hab noch passiver und dann liegen dort vier Teepo-Pilze drumherum siehst du meine Damen also meine Damen und Herren mit mir hier mit den Realize wenn mir das nicht passiert so ich dachte jetzt das hat euch dann passiv ausgelöst das wäre es gewesen so ich werde es mal woanders hinlaufen und zwar meine Damen und Herren ich hab mir jetzt grad so ein Ziel ausgeguckt dahin werde ich jetzt gehen so mit dem Spaß viel Spaß ein Mann eine Form einsingen jetzt lo 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 québec ich weiß ja nicht ich glaub BF-Sword ist so die neue Meta auf Seck oder? was meinst du? ja doch muss man ja die Frage ist was baue ich daraus aus ich würd sagen Mercurials, ja, also dieses QSS-Item, oder? Oder Bloodthirster, was meinst du? Bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, der Cancer Tower steht ja fast nicht mehr. Ey, du Proxy-Farber, ey. Junge, Junge. Ja, jetzt guck mal, du kannst ein Double-Proxy jetzt machen, sogar. Well done, my team. I'm stealing creeps from my bot lane and not my top lane. I'm walking here on Sunline. Ich geh mal eben top, ähm, Text. Was rollt hat denn hier, Leute? Oh nein. Du hast keinen Flash. Stimmt ja. Ist dir auch grad so aufgefallen, oder? Ja, aber ich hab zwei Minion-Waves gekriegt, das hat was für totally worth it. Aber du hast eh keinen Gold wert. Ich find das schön, meine Damen und Herren, also ich hab euch mal vor langen Zeit mal einen Tipp gegeben. Ihr könnt einfach mal in die Low-Elo starten. Ne, und da einfach mal ein Champion spielen, die sowieso eh nicht spielt und ihn einfach mal so ein bisschen üben. Ich warte, dass ich es mit Singed machen auf jeden Fall. Weil Singed erscheint mir doch der Schein-Potenzial zu haben. So, okay, was dachte ich mir jetzt, äh, was kaufen wir jetzt auf Singed? Was kauft man sich im Wahlfall jetzt auf Singed? Ähm, er vor drei Monaten hätte es gewusst. Ich geh mal kurz gucken, meine Damen und Herren, ja, ich schulde, ich geh gucken. Was kaufe ich mir? Hm, oh ja. Stimmt ja, Seraphim aufsgebaut. Oder, falls noch nicht vorhanden, ja, ist noch nicht vorhanden. Dann werde ich jetzt erstmal Dings kaufen. Ja. Was holst du dir jetzt? Äh, einmal. Achso, Form-Mail. Dann, ja, eine Form-Mail. So. Ich find's nur schade, also wir müssen irgendwie, wir müssen das Rage-Sicker machen. Der Gegner muss Ragen. Also, unsere Team-Mates. Okay, ich, ich geh mal den Team-Mode, äh, angreifen. Moment mal, ich, ich renne jetzt einfach, ich helfe dem Twitch jetzt einfach nicht. Ach, scheiße, der ist ja nicht engaged, ey. Der Twitch muss auch richtig, so, so, okay. Ach, fuck. Ping dahin, warte mal. Ups, ich werde die angegriffen. Huuuu. Hi. I lag. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn noch gek- Also, soll ich ihn dann noch killen oder dann einfach sterben dann noch? Zusammen mit Twitch. Boah, ich wurde executed. Was meinst du? Soll ich dann auch einfach sterben oder? Nein, 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 da musst du ihn töten. Ja, okay, dann hab ich's ja richtig gemacht. Dann bringt's mehr Rage. Weißt du, weil du hättest, du zeigst ihn einfach nur, du hättest es auch, du hättest auch mit ihm das schaffen können. Aber du musst es auch so machen, dass er immer noch weiter Vertrauen zu dir hat. Ja, ich hab ja gesagt, ich hab gelaggt. Ja, guck doch. Oh, da haben wir so'n Chance. Leck, leck, leck. Natürlich, natürlich hast du gelaggt, mein Freund. Wie wär's mit... Oh, ja, und was ist Aulo so richtig schön betont? Mit L geschrieben. Eierlich. Oh, shit. Ey, ich bin der Meister, Zack. Ich renne einfach weg. Zack und weg, ey. Ich weiß nicht. Oh, mein Bein. Oh, ja, 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 so. Oh, mein Gott, der, da, da kennt sich wie jetzt ein... Oh, mein Gott. Das gibt Revenge, Syndra, das gibt Revenge. Nein, nein, Syndra, nein. Ich farm hier. Smile, Lane. Also erstmal muss ich ja diesen Sinch richtig wütend kriegen. Hui! Ey, dieser Cancer-Sinch, ne? Wow, was gibt's denn? Was für ein Cancer? Was geht denn hier schon wieder? Oh, mein Gott, jetzt verwandelt der Twitch das auch noch was Gutes, will er mich verarschen. Oh, und ich hab auch noch Assist kassiert, und zwar richtig hardcore. Alter, also tut mir leid, meine Damen und Herren. Das Gegnerteam hat einfach zu viel Cancer. Das geht einfach nicht mehr. Ich versuch hier echt schon mein Bestes, ne? Was geht bei den Leuten? Ganz im Ernst. Wow, wie haben die sich aus Bronze rauscarrieren können? Das ist so richtig bitter. Also, he should get cancer. Also. Ich probiere schon mal irgendwie sowas anzustacheln oder so, aber. Oh ja, Casser ist gestorben. Alter, schon wieder. Selbe Spielchen, Sünder, selbe Spielchen. Kein Ding, kein Ding. Bom, meins. Diesmal ist aber kein Twitch da. Okay, keine Sorge. Ich hab Quicksilver Sash. Ich lauf mal hier so lang. Ja, Temo, friss meinen Staub. Ich nehm mal den Pot. Ey, guck mal, wie die grad die Base defen, damit die nicht reinlaufen kann. Okay, ich hab den Special Build. Eisbongondel, ich brauch die Mana. Okay. Ja, ich hab. Da ist Temo, da ist Temo. Prima, Hilfe. Ich bin auf dem Weg. Guck mal da, wie ich denn grad den Weg abschneide. Ich bin auch ziemlich weit weg, aber ich bin auf dem Weg. Friss scheiße, Temo. Friss scheiße. Oh, da kommt ein Shogart. Muss man einfach was zu tun. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh ja, ich glaub, das hat so richtig gelohnt, da geht. So, mal gucken, wie viele Freunde noch. Oh mein Gott, so viel noch. Oh Mist, ich hab Dings gemacht. Oh, die armen Säcke, ey. Dass die dann so vergewaltigt werden. Das ist schon richtig bitter. Weiß ich, feed hier schon mit 1,10 rein. Ganze, wir haben's mit 1,10. Und ich glaub, weißt du, mein Quicksilver-Sash-Modeln war sogar noch nützlich in dem Fight. Ich weiß nicht. Ich glaub, Twitch will das reißen. Twitch war nicht mal da. Mal gucken, ob ich es schaffe, auf 1,20 zu kommen. Mal sehen. Viel Spaß. Ja, ich find's nur schade, dass meine Teammates sich ragen. Ja, irgendwie reagiert auf gar nichts. Ich mein, ich fang schon irgendwie so an. Ach, ich sollte vielleicht mal sagen, Report-Twitch. Obwohl, nee. Ich mach jetzt das wieder und versuch, den zu baiten. Ich schreib gleich mal, ups, nur Teleport. Schreib mal, schreib mal, Gott-TP. Gott-TP. Ah, scheiß Twitch. Ich sollte dem Kasser gleich einfach mal einen Blue smiten. Das musst du schreiben, ups, fuck, ich wollte flashen. Oh, Tebo, das ist nicht witzig. Ah, Mann, ey. Der Kasser committet einfach nicht. So eine Pussy. Alter, echt jetzt? Jetzt tryharden die aber richtig. Oh. Was soll denn das? Mit Corki, ey. Die wollen nicht tot sehen. Ja, aber warum? Was hab ich denn getan? Mit Corki, ganz im Ernst. Richtig billig hier, meine Damen und Herren. Oh, tschau. Ach, ernsthaft? Jetzt ehrlich? Na, was denn? Ja, der killt die fast. Ich wollte ihn baiten und dann killt er die fast, Mann. Das ist... Ah, ich hätte Kasser den Bann sollen. Ich glaub, mit diesem Typ hab ich schon mal sogar gespielt, diesen Urin-Miris. Echt? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, damals ist er 23. Effektiv war der Name Schildschwein. Also, uh, ca. 1-11-mal der Boden lotta um 1-11. Ich habadin. Ich hab's noch ganz eh geredet WILGASSROR drafted, shaack. Foto fit. Ähm. Jo. Keizer. Ich darf im Tieffelt nicht nützlich sein, mein Wort und dann wenigstens das muss ich machen. Oh, richtig billig. Ich werde einfach komplett hier weggecarriert, ey. Oh, Mann. Oder, meine Damen und Herren, das ist das, was ich schon in den ganzen anderen Kennzeichenfolgen gesagt habe. Und zwar, ich passe mich einfach dem Level meiner Mitspieler an. Und gewinne so. Ganz genau so ist das. Habt ihr gesehen, diesen sneaky, sneaky Bekoitos, meine Damen und Herren? Das kriegt niemand aus der Bronze-Elo hin. Gespeichert denn aus der Silber-Elo. Nein, 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 nein. Das ist einfach wie Meister-Miyagi-Style. Ich wasche den Zaun, oder ich streiche den Zaun. Und dabei lerne ich Kung-Fu. So ist das auch mit Sing-It. Ach, jetzt ist der Kassadin Tryhardt. Geil, dann können wir den richtig zuragen, weil er fehlt. Komm mal da, ich bin First-Target für alle. Bumm. Geht hier schon, glaube ich. Twitch. Where was the Op walking? Das Lachen war wichtiger, aber oh mein Gott, ein Corki. Und ich bin wieder richtig was wert. Ich hätte den Tower machen sollen. Jetzt müssen wir aber auch irgendwie flamen, oder so. So, ja, nach elf Kills mal wieder einzukriegen, ist richtig herrlich, ey. Also, keine Ahnung. Die reagieren auf nichts. Das ist so kacke. Ich glaube, wir haben uns beide einfach gemuted, kann das sein? Was meinst du? Ja, das ist sogar wahrscheinlich. Ey, guck mal, da steht 2-12, ne? Und das Gegnerteam hat nur 24 Kills. Oh, wie billig ist denn das? Wir auch. Ich hätte da auch Wladimir spielen können. Oh, ich glaube, das nächste Mal spiele ich Wladimir. Den Proximier. So, ich habe schon mal 151 Farbe heute da und her. Genau die Hälfte von dem, was ich eigentlich haben sollte. Guckt mir mal zu. Okay. What the fuck? Ah, jawohl. Ich muss meine Dings weiter stacken, glaube ich, meine ich hier. Ist noch nicht voll gestackt. Oh doch, sie ist voll gestackt. Warte mal. Ach, willst du dem jetzt so auf den Sack gehen? Vielleicht, mal gucken. Oh, soll ich Baron anfangen? Alter, macht Timo Schaden? Ich glaube, der hat Schaden, ne? Ciao, Kassa. Wieso macht sie eigentlich so viel Schaden? Endlich. Ich glaube, Kassa, Kassa, bitte stirb. Bitte. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Warum was passiert? Ich habe Kassa gebaitet. Ja. Und dann bin ich komplett rausgelaufen und so. Und dann kommen halt drei Leute und haben den surrounded und der haut trotzdem einfach ab. Und killt einen. Oh, ich glaube, sie ist mad. Ich glaube, sie ist mad. Oh doch, sie ist es. GG. So. Mein Bild nimmt vor, man. Ich meine, ich habe jetzt Mana. Ich habe CC Reduction. Ein Ward habe ich auch. Sicher schon seit 30 Minuten. Der Ward ist im Standard-Item. Da musst du einfach mal da sein. Ja, das ist immer so. Wenn ich so auf dem Smurf spiele oder so, dann kaufe ich mir einen Ward. Aber ich setze ihn das ganze Spiel lang nicht. Einfach damit das Team nicht sagen kann, warum kaufst du keine Wards. Mal gucken, was brauche ich denn jetzt? Ich brauche irgendwas. Oh, ich brauche mal Magirus. Das fällt mir gerade auf. Da oben müssen wir ihn teleportieren. Ja. Etwa wieder teleport. Oh, ich glaube, das hole ich mir auf die Schuhe. Da, damit ich meinen Teleporting reduziert habe. Das ist doch das Ding für ein Singlet. Oh, Kassa. Kassa könnte ein Blue haben, aber den nehme ich. Der Kassa, den braucht kein Blue. Der ist total overrated. Ja. Alter, Kawaki. Alter, komm auf deiner Birne klar. Ganz im Ernst, ich bin Singlet, Alter. Ja, guck mal da. Ich habe noch Ghosts. Hui. Lauf wieder da lang. So viel Gänzer auf einem Haufen. Das geht gar nicht, meine Damen und Herren. Das geht gar nicht. Der ist so bad. Oh, jetzt wird er wütend. Jetzt wird er wütend. Twitchy bad oder warum geht er weg? Ernsthaft, Kassa ist doch nicht mad geworden. Einfach Doppelpunkt P. Oh. Vielleicht weiß er, dass wir ihn trollen wollen. Wer hat dir das gesagt? Ich habe noch ein Assist kassiert. Wie gnädig. Ich habe meine Ahnung, 3,14. Ich versuche jetzt gerade so richtig was rein zu fielen. Aber es geht einfach nicht. Ja. Und hier mal wieder der Beweis. Also, man kann... Es ist unglaublich leicht, in dieser Elo hochzukommen. Ich meine, das ist der Beweis. Man kann nicht verlieren. Wirklich nicht. Das geht nicht. Also, ich weiß nicht, wie man da verlieren soll. Piu. Nö. Ist mir schleierhaft. Wirklich. Warte mal. Nö, kann ich immer noch nicht kaufen. Kann man einen Atom da machen, bitte? Nö, ich mache einen HUB. Der Temo ist so im Arsch gefickt, ne? Der Temo, der regt sich gerade bestimmt so auf. Ich schwöre, es dir bei ihm platzt gerade eine Ader. Bei ihm muss eine Ader platzen. Temo. Why you lose so hard your top lane. Oh, Gott. Oh, meine Damen und Herren. Man kann das drehen und wenden, wie man will. You can't carry. And I feed you. And my jungle too. Bestsehncht EU. And you can't carry. Ich musste ihn gerade einfach seinen Fehler vor Augen führen. Ich glaube, er ist mad. You can't carry. Okay, Tänzer. Ja. Ja. Oh, geil. Geil. Oh, ehrlich. Ich hoffe, ich bin schon immer noch genügend. Wie viel Bug da habe ich kassiert? Also, ich habe 26 gekriegt. Oh, 24, meine Damen und Herren, es wird immer mehr. Und ja, meine Damen und Herren, es gesehen, ich bin in Gold. Alter, null Punkte, echt. Mal ganz im Ernst. Wieso kriege ich, ich, wieso kriege ich null Punkte? Das geht doch mal gar nicht, Alter. Null Punkte ist wie loose. Finde ich. Oh, T-Emo. T-Emo, so bad. Can't carry. Oh, verdammt. Er ist schon rausgegangen. Ich reporte ihn jetzt mal für Intention oder irgendwas. Was hat er denn für Stats? 16,9. Warte, 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 warte. Ich wollte gerade einen Friendly geben. Negative Attitude. Ich spiele so bad. OMG, ich wollte gerade einen Friendly geben, aber ich habe es vergessen. Oh, so. Ja, meine Damen und Herren, das war wieder League of Cancer. Also, mal wieder der Beweis, man kann nicht verlieren. Das ist unmöglich auf dieser Elo. Man kann einfach nicht verlieren. Das geht einfach nicht. Unmöglich. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und fick dich, Dio. Diesmal nicht von Tio's Account. Tio's Account.